saus leute heute geht es ums marathon event und für alle die das video schauen um die transit locations rauszufinden unten gibt es timestamps für jeden transit und für alle anderen die nicht wissen von was ich rede es gibt ein anfangs event das marathon event zum vibe und das ist ein spezieller modus den kann man in der map auswahl oben rechts auswählen und dann kann man nur von map zu map gehen das heißt man startet auf ground zero immer auf ground zero und da gibt es spezielle exits transits die einen auf die auf eine andere map führen und da gibt es auch ein achievement wenn man alle zehn maps hintereinander weg überlebt dann gibt es das marathon achievement und das habe ich gemacht außerdem einige quest ich habe eine quest auf labs gemacht die 66.000 xp gibt am anfang wobei bis das extrem viel da muss man da mit dem transit hin bisschen was ablaufen und wieder raus und hat 66.000 xp injector case und med case das ist sehr gut die wollte ich eigentlich machen diese quest und dann habe ich mich spontan entschlossen doch dieses marathon achievement zu machen weil zwar schon da bleibt schon abgelaufen und ja habt es dann durchgezogen ich habe euch das ein bisschen zusammengeschnitten wie ich das gemacht habe ich habe er begegnungen mit pms habe ich drauf gelassen die ja die knappen momente und ansonsten auf manchen maps ist einfach nichts passiert man wartet halt dann wenn man sport läuft sie sind transit wartet dann und dann dann sieht da kann man auch immer ein bisschen hier rausschicken für ein bisschen geld und ja dann habe ich jeden transit genommen und am ende hatte ich dann auch das achievement hat es schon gespoilert das ist wahrscheinlich klar und ich finde es ist sehr sehr guten modus mit viel potenzial der mode ist jetzt erst mal als event im pvp und wird später dann auch für pv verfügbar sein aber dieses marathon achievement das gibt es nur während des events als wenn ihr das machen wollt dann während des events es gibt noch keinen keine zeit wie lange das noch geht aber das werden sie möglicherweise ankündigen oder auch nicht also wenn du da bock drauf habt setzt euch ran und dieses video ist auch als kleiner guide dafür gedacht und insbesondere für die transit locations die im moment viele leute interessieren wie gesagt da gibt es die timestamps unten in der beschreibung oder im ersten komment und ja ich bin übrigens dazu täglich live auf twitch twitch.tv.de würde mich freuen wenn ihr vorbeischaut link auch unten in der description oder im ersten komment lasst mal ein follow da und hier auf youtube würde ich mich über ein abo freuen daumen nach oben kommentar unter dem video ja jetzt viel spaß mit dem transit marathon event und dem achievement und ja wir sehen uns wieder hier auf youtube oder eben auf twitch in diesem sinne macht's gut und ist denn ein muss ein muss muss zum aufzug laufen weiter geht's Oh, Gott. Oh, Gott. Come on, PMC. Isp. Der will den Transit nehmen, ne? Das ist er hier, der Transit, nehme ich an, ne? Kann aber jeder nehmen, sag ich mal, oder? Dauert 30 Sekunden, ja, dann ist der jetzt weg, nehme ich an. Oh, shit. Ah, inzwischen, okay. Ne? Ich habe da Interact gedrückt und konnte mich nicht mehr bewegen. Achievement, Vagabond, okay. Let's go. Achso. Mach einmal das erstmal. So, hier geht's rein. Sehen, ob hier einer hockt. So, hier geht's. So, hier geht's. Hier oben rein So, das ist der Serverraum, ja? Ich nehme es an Jawohl Das Ding hier Ne Ah, hier Ja, ich sehe es So Spieler T-A-A-Hi T-A-A-Hi fuck we failed to purchase also geht er immer in die Knie jetzt ging es hier hatten wir eine schöne Deckung keine Ahnung, inwiefern sie es da noch ändern ja, das wird interessant, Leute shit oh shit es ist Courtyard Gate fuck you ah, hier ah, hier, okay, okay verstehe da hat er sogar Deckung ich glaube, ich werde es nicht schaffen wegen Wasser aber wir sind auf Wurz ich werde schon was finden ja, neuen Wasser fuck von dem Zelt vorbei halt das hier das hier wenn es am Transit kein Beef gibt ist es machen wir auch absolut ja so, hier ist der Transit bis jetzt mein längster Raid meines Lebens ja, auf jeden Fall oh no guter Spawn wir warten jetzt hier hinten kurz guter Spawn sehr guter Spawn dafür ok, hockt jetzt was mal schauen wie es jetzt aussieht ah, wir haben es wir haben es, Leute hallo YouTube im Chat macht mal hallo YouTube wir haben das Marathon Achievement let's go stimmt ja, von Schollein komme ich ja nicht mehr weg Schollein ist die letzte Map auf die ich jetzt komme macht mal hallo YouTube im Chat wundervoll wundervoll und ein Clip können wir auch machen Dankeschön Dankeschön fürs hallo YouTube ähm ja, ich dachte mir wenn ich jetzt schon mal auf Labs war ne dann ziehen wir das halt durch jetzt haben wir es passt wir müssen aber ich muss das aber nochmal machen weil ich ich muss auch noch alles ähm alles ähm marken ich hatte natürlich keine Marker dabei aber ja Idee ist, was die ist Dankeschön für den Spam Marathon Achievement am zweiten Tag von Vibe mit Level 14 und der guten AKSU war übrigens mein erster mein erster Marathon Run überhaupt war direkt alle Maps hintereinander überlebt war auch spannend, ne ist guter Content, glaube ich, ne mein erster mein erster Marathon Run überhaupt direkt alles hintereinander ähm mag ich mal einfach so plästern muss ich nicht hier rein ah ja, da ist ja easy dann ist ja easy ah, das Magic Luthaus so, normaler Extract schauen wir mal war guter Content, naja schauen wir mal, wie viel wie viel XP ne, ich habe jetzt Skesky killed Sailor dann ist okay 48.000 6 Minuten rate 48.000 600 puh gar nicht mal so wenig auf Quality FSR 3 gar nicht mal so wenig so aber viele Kills hatte ich nicht waren bloß 23 Kills davon waren 1, 2, 3, 4 5 5 PMC Kills war jetzt nicht so viel war jetzt echt wirklich nicht so viel aber ähm mal sehen ja, da steht die Zeit immer bloß, ne hier 7 Minuten 17 Minuten ah, keine Ahnung, ey Gesamtzeit gibt es leider nicht die Zeit immerhin und Hessen auch sehen auch es Vielen Dank.